Von unten, wie das aussieht, ist das hier, ist zu, ne? Guck mal, hier wollten wir noch einen Zaun runterbauen, fällt mir gerade ein. Naja, kann man noch nicht wirklich viel zu sagen, ne? Guck mal, das nehmen wir mal mit. So, Sand holen gehen, ne? Können wir mal eben noch warten, bis es, ja, ich muss mir eh noch ein paar Schaufeln machen. So, machen wir mal eben hier unser Inventar leer. Gut, so viel werden wir jetzt nicht holen. Äh, das nehmen wir mit. Zäune brauchen wir gerade nicht, die brauchen wir auch nicht. Ach, wir haben, glaube ich, Eisen in den Ofen geworfen, ne? Oder vertue ich mich da jetzt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Doch, wir haben Eisen hier drin. Ja, ich hätte aber auch die Stöcker mitnehmen müssen. Habe ich doch gerade gesehen, da. Ja, das reicht. Ach ja, so. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal 5 Schaufeln. So, die packen wir hier rein. Äh, das Eisen. 15 Apple nehmen wir mit 64. Wir haben zweimal 64. Wir brauchen gar keinen Sand holen. Äh, habe ich die jetzt mit? Ich bin so schlau. So, pass auf, die brauchen wir. Da brauchen wir gar nicht los. Dann haben wir jetzt ein Sonnenschaufeln gemacht. Ist egal. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Äh. Ach so, wir brauchen Kobbels. Haben wir, glaube ich, hier. Irgendwo habe ich gerade welche gesehen. Da. Dann machen wir das Ganze nämlich mal ein bisschen anders. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Äh, hier. Äh, 4. So. Zack. Ähm, ja. Pass auf, wir setzen das erstmal da rein. Nehmen die Hälfte wieder raus. Da rein. Da rein. Hälfte raus. Obwohl, Quatsch. Brauchen wir gar nicht. Obwohl, hier können wir das... Oh. Können wir das doch machen. So. Sechs müssten reichen. Sieben. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also, wir können doch mal Cola aus dem Keller holen. Ach, ne. Wir gehen jetzt... Naja, doch. Wir holen die erstmal hier unten. Ich meine, ich hätte hier noch welche gesehen. Ja, klar. Ne, pass auf. Dann nehmen wir die 38 erst mit. Die machen wir überall auf 10 voll. So, und dann gehen wir erstmal pennen. Ich habe auch das Gefühl, seitdem der More Creatures Mod raus ist, ist es hier wirklich ein bisschen ruhiger geworden. Man hört es zwar immer noch röcheln. Ne, das war jetzt gerade mein Husten. Guck mal, da noch ein Creeper unterwegs. Ich überlege gerade, aber hier machen wir später weiter. Ich muss jetzt erstmal da vorne schauen. Das haben wir jetzt sechs. Das wird noch annähernd nicht reichen. Und dann auch erstmal ein Level. Warte mal, wir nehmen mal eben den Schwert in das Hand. Da ist Mr. Creeper. Oh, zwei. Ja, der sieht uns. Den legen wir mal eben um. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Das lässt du, mein Freund. Na komm, dann holen wir den auch noch hier. Jetzt werden wir übermütig. Scheiße, Alter. Was war das denn? Nein, ich werde oval. Was ist das? Fichte. Nein, ich bin so bescheuert. Was lege ich mich auch immer wieder mit den Typen an? So, pass auf. Wir brauchen Birke und Dreck. Ähm, Eiche und Dreck. Haben wir überhaupt noch Eichenholz? Oh, jetzt fangen die aber an nervös zu werden. Äh, nein, Quatsch. Eichenholzbretters. Eichenholz. Gut. Ich muss mich ja mit dem anlegen. Es geht ja nicht anders. So, pass auf. Da hätte ich gar nicht so viel mitnehmen müssen. Zack. So. Und schauen wir hier nochmal rein. Hat sich wenigstens gelohnt. So, pass auf. Dann machen wir draußen auch mal das Loch zu. Naja, nehmen wir noch ein 64er Stack mit. Hauptsache, wir haben zweimal Schwarzpulver bekommen, was wir gar nicht brauchen. Ich überlege auch gerade mit den Creepern. Sind die nicht in den ersten Versionen noch an der Sonne verbrannt? Alter Abitiv. Achso, hier ist. Ach, guck mal. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Schlucht angekommen. Da ist auch noch Höhle. So, auch das machen wir jetzt nicht so. Ne? Machen wir jetzt etwas geiziger hier zu. Wollen wir eh nicht. Oder? Weiß ich gar nicht. Wollen wir hier bei Gelegenheit mal runter? Schauen wir mal. Wir wissen ja, wo es ist. Ich muss mal eben kurz die Musik auch leiser machen. So, schon besser. Warte. So, dann. Man muss sich erstmal schauen, ob das hier oben machbar ist. Gehen wir mal wieder aufs Dach. Äh, hier hin. Muss mal eben kurz. Warte. Oh, siehst du? Da war nämlich schon einer zu weit, oder? Ne. Verschwendung. Egal. Ja, das sieht doch schon mal überhaupt nicht hoch aus hinterher. Ach, ich bin so schlau. Egal. Klatsch. Aua. So, wir holen uns nochmal eben so ein Steak hier rein. Wir holen eben die Kreppen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das auch an beiden Seiten machen, oder nur an eine. Ich hoffe, es kommt mir kein Creeper hinterher gelaufen. Ach ne, das waren die falschen. Wo hab ich denn die, äh, hab ich die hier reingeballert? Da sind's, äh, da sind sie. Ups, das war falsch. Das nehmen wir aber auch mal mit. Äh, waren das alle? Ja, komm, dann nehmen wir den auch noch. Äh, haben wir hier noch welche? Ne, ist egal. So, dann wieder rüber. Wir können die Nacht auf dem Dach, wenn's gleich dunkel wird, durchbauen. Ich denke mal, da oben werden wir relativ safe sein. Pass auf, dann machen wir das so, so und so. Dann haben wir wenigstens unsere Treppe hier erhalten. Ähm, nein, du nicht. Lalalalala, wir bauen ein Dach. Zum Glück wird's nicht allzu groß, dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Weil ich überlege, ob wir, äh, die brauchen wir grad nicht. Ist jetzt so ein bisschen konzentriert, ne? Ich kenn das ja schon. Oh. So, das machen wir gleich. Ich weiß auch gar nicht, äh, ob wir da hinten auch noch das Dach ein bisschen übergehend machen. So ein bisschen Überstand. Also hier auf jeden Fall. Hier müssen wir das auf jeden Fall machen. Ich glaube, da kommen wir mit dem, was wir da haben, noch gar nicht hin. Ah. Wie ist es denn wahr? Wie baut man eigentlich ein Amboss? Müsste ich auch noch mal nachlesen. Wollte ich mir auch noch machen. Äh, es ist... Alter, das mag mich einfach nicht. So, also ein Bauernhaus wird das definitiv nicht werden. Das Bauernhaus bauen wir dann da hinten hin oder... wird auch viel, viel kleiner werden als das hier. Weil ich meinte schon mal, Bauern erwähnt zu haben, die Häuser sahen ja damals relativ arm aus. Deshalb können wir da nicht so einen halben Palast hinzimmern. Na, warum auch nicht? So. Zwei Reihen haben wir hier noch. Also ich würde sagen, wir... hauen erst mal Glas davor. Wir hauen erst mal die Treppen durch, die wir haben. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Das ist natürlich sehr sinnig. Dann sieht es gleich scheiße aus. Und... Äh, weg damit. Ja, nee, ist klar. Ja gut, im Zweifelsfall würde ich schon noch mal abreißen. Aber ich glaube, das wird schon richtig... schnuckelig aussehen. Richtig nett aussehen. Ist auch gar nicht überzogen hoch. Warum sind wir jetzt eigentlich... Oh. Schau gerade mal da drüben. Orientiere mich mal an dem Haus. Und frag mich, warum wir so viel größer sind. So. Jetzt hätte ich noch die Idee hier... Dass wir, äh, den Raum etwas beleuchtet kriegen. Also nicht nur Fackeln benutzen müssen. Obwohl müssten wir eigentlich schon, weil... Oh. Jetzt fehlt ein einziges. Egal. Oh. Und guck mal. Die Sonne geht unter. Wie schön das hier wirklich ist. So. Ach so. Wir müssen jetzt hier, äh, auch so einen Rand setzen. Den machen wir aber diesmal ein bisschen anders. Oder auch nicht. Wir haben nämlich keine Erde mehr mit. Gehe ich mir jetzt eben Erde holen? Nein. Oder? Doch, pass auf. Wir holen eben Erde. Und können wir auch eben nochmal pennen gehen.